Im Jahre 2015 hat die österreichische Nationalbahn trotz schwieriger Umstände ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Mit einem Ergebnis von 753 Millionen haben wir das Ergebnis von 2014 mehr als verdoppelt. Es ist auch die Bilanzsumme gestiegen durch das Ankaufprogramm von Wertpapieren und wir haben eine Bilanzsumme von rund 107 Milliarden Euro. Das ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 15 Prozent.